Waschteck. Autowaschtechnik weit voraus. EasyWash. Das Einstiegsmodell für Autowäschen zum Eigenbedarf. Die EasyWash bietet in der Grundausstattung alle notwendigen Funktionen für die Reinigung von Fahrzeugen. Vorwäsche. Wäsche mit sanftem Waschbürstenmaterial. Saubere Trocknung. Sanftes Anlösen durch eine Schaumvorwäsche erleichtert das Abspülen von Schmutzpartikeln. Nach dem Anlösen grober Schmutzpartikel ist das Abspülen durch Hochdruck sinnvoll. Für die EasyWash ist optional ein 16-Bar Seitenhochdrucksystem erhältlich. Die Seitenwäscher stehen beim Vorlauf schräg und beim Rücklauf gerade. Das sichert ein überzeugendes Waschergebnis bei allen Fahrzeugformen. Radwaschbürstenreinigen Felgen umfassend sauber. Die Konstruktion des Dachtrockners treibt die Wassertropfen an Dach und Seiten effektiv nach unten vom Fahrzeug weg. Die integrierte Seitentrocknung unterstützt das Dachgebläse. So entsteht ein rundum sauberes Trocknungsergebnis. Die hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität ermöglicht dauerhaften Betrieb und Zuverlässigkeit bei geringem Wartungsaufwand. Das sanfte Waschmaterial aus geschäumtem Polyethylen wäscht günstig, ohne Spuren zu hinterlassen. Mikroprozessoren regeln permanent den idealen Abstand der Waschbürsten zum Fahrzeug. Das sorgt für rundum saubere Autos bei allen gängigen Fahrzeugtypen. Die Frequenzsteuerung an den Fahr- und Hubantrieben ermöglicht schonenden Sanftlauf und stufenlos regelbare Geschwindigkeiten der Maschine. Autofahrer empfinden die Anlage so als sicherer. Autowäsche ist mehr als simple Mechanik. Die Waschteck-Technologie integriert Chemie so in den Reinigungsprozess, dass bei höchst sparsamem Einsatz Topfwaschergebnisse erzielt werden. Waschteck empfiehlt Wasch- und Pflegeprodukte der Auwa Chemie. Die simple Farbcodierung an Vorlagebehältern und Kanistern sorgt für einfaches und fehlerfreies Befüllen. Die Einfallsampel hilft dem Autofahrer, das Fahrzeug schnell und präzise in der Waschanlage zu positionieren. Pflegeprogramme mit Wachs sind vom Waschrunden stark nachgefragte Leistungen und damit ein Schlüssel zu mehr Umsatz und Gewinn. Die Easy-Wash kann optional mit einem Wachssprühsystem ausgestattet werden. Die Sicherheitsabschaltung in Form einer Leiste, angebracht an den Türen der Easy-Wash, stoppt bei Berührung die Waschanlage sofort. So führen Unachtsamkeit von Personen nicht zu Unfällen. Die kompakte Größe der Easy-Wash ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Die Easy-Wash passt auch in sehr kurze Hallen. Die Unterbodenwäsche ist ein gefragter Service im Winter und im Frühjahr. Die Segmentsteuerung der Easy-Wash ermöglicht zielgenaue Wäsche auch bei kurzen Fahrzeugen und trägt somit zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlage bei. Easy-Wash – das Einstiegsmodell für Autowäschen zum Eigenbedarf. Wash-Tec – Autowaschtechnik weit voraus.